Willkommen zurück zu einem neuen Video im Zusammenhang mit dem Heilsplan. Wir sind im Hebräerbrief stecken geblieben und kommen jetzt zu Kapitel 10. Da heisst es, das Gesetz hat den Schatten der zukünftigen Güter, nicht die Gestalt der Dinge selbst. Deshalb kann es die, die Opfer niemals vollkommen machen. Ja, das baut jetzt natürlich auf dem auf, was wir im letzten Video schon gesehen haben. Jetzt hier ist der Schatten, Skia, das ist die Stelle, die wir jetzt hier haben. Andere Stelle haben wir schon gelesen. Der Hebräerbrief zeigt also, wie wir das Alte Testament verstehen können. All die Dinge, die äußerlich in der Stiftshütte gegeben sind, sind eigentlich nur ein Schatten, ein Abbild dessen, was im Himmel eben vorhanden ist. Und das nimmt jetzt da der Hebräerbrief, Kapitel 10, noch einmal auf und sagt, dass das Gesetz mit all den Forderungen, mach es eigentlich nur Schatten und Abbild ist. Also man kann das Gesetz äußerlich ja gar nicht halten, wir sind ja Fleisch. Es braucht Christus, der uns da hilft. Das Gesetz, es hat den Schatten von den künftigen Dingen, also vom Eigentlichen. Das Gesetz ist mal rein äußerlich gegeben. Es ist dann aber, wie wir dann gleich sehen werden, in uns hineingeschrieben worden. Und das macht eben den Unterschied aus. Darum kann es die Opfer niemals vollkommen machen. Also im Alten Testament war man sich dessen zwar nicht bewusst. Man ging davon aus, wenn man jetzt ein Opfertier schlachten liest, dann ist die Sünde wieder gut. Aber eigentlich ist ja das Opfertier nur ein Abbild vom Eigentlichen. Das eigentliche Opfer ist Christus. Und darum hat das Opfer an sich eben nichts bewirkt. Römer 1,17 sagt, dass schon im Alten Testament nur durch den Glauben Gerechtigkeit gesprochen wurde. Und wird dort begründet mit Habakkuk 2, Vers 4. Hebräer 10, Vers 4 nimmt das dann nochmals auf. Es ist unmöglich, durch das Blut von Böcken und Stieren Sünden wegzunehmen. Ja, wie klingt das in den Ohren von Juden, die natürlich davon ausgegangen sind, ja, wir haben es ja genau so gemacht, wie es das Gesetz gesagt hat. Aber das Gesetz ist eben nur der Schatten. Das sind Zeremonialgebote. Das ist nicht das Eigentliche. Und das bedeutet für uns, dass wir eben die Dinge vom Alten Testament übertragen können. Typos, das Bild, Hypothekma, das Abbildskirr, den Schatten, Gleichnis und so. Also das Neue Testament zeigt uns, wie wir das Alte interpretieren können. Und das bedeutet jetzt für uns, wenn wir das Alte Testament lesen, dass wir die Elemente des Alten Testamentes übertragen können. Denn das Arte gibt uns nur den Schatten, das Abbild. Wir können also schauen, was heißt es im Eigentlichen. Wenn also der vom Priester die Rede ist, dann sind das gemäß 1. Petrus 2, 9 wir Christen. Oder dann die Türe bei der Stiftshütterung, das ist die Rettung in Christus, der Altar. Der ist dann unsere Bekehrung. Also am Kreuz wird heute die Sünde gebodigt. Ja, wir sehen das gleich dann im Hebräer 13. So kann man die Dinge da übertragen. Und das nimmt da Hebräer 10 eben auf. Ich lese ab Vers 11 aus Hebräer 10. Jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Da kann man sagen, ja, aber die mussten doch opfern, das ist doch so geboten gewesen. Ja, aber eben nur im Schatten. Die hatten das an der Stiftshütte gemacht, das ist aber ein Zeremonialgebot. Das ist rein äußerlich gegeben. Das tangiert das Herz aber nicht. Dieser aber, und jetzt kommt der Link auf Jesus, Christus, und wo haben wir? Hohen Priester habe ich da nicht. Der Hohen Priester ist ein Bild für Christus. Dieser aber hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt. Das heißt, Jesus hat Sühne geschaffen, gemäß Hebräer, ja, Kapitel vorher, Kapitel 9, Hebräer 9, was ja auf 3. Mose 16 zurückgreift. Und dieses eine Opfer von Jesus, das ist ein Opfer ein für allemal. Er musste nicht jede Zeit wieder neu opfern, sondern das galt für immer, weil er die Menschen jetzt wirklich rechtfertigen kann. Das heißt, das Gesetz wird dann in die Sinne, in das Herz hineingeschrieben und eine Verwandlung findet statt, was im alten Bund so nicht möglich gewesen ist. Das kommt jetzt hier ab Vers 15. Das bezeugt uns aber der Heilige Geist, denn nachdem er gesagt hat, und jetzt kommt dieses wichtige Zitat aus Jeremia 31, Verse 33 und 34, also dasselbe Zitat, das bereits im Kapitel 8, ab Vers 8, zitiert wurde. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen. Am Ende des alten Bundes spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben. Das ist jetzt das Neue im neuen Bund, dass das Gesetz in uns hineinkommt und jetzt Christus in uns Gestalt gewinnen kann. Das heißt, wir beginnen uns zu verändern, das war im alten Bund nicht möglich. Darum musste im alten Bund immer wieder von Neuem geopfert werden. Im neuen Bund reicht das eine Opfer von Jesus. 17 und ihre Sünden und ihre Missetat will ich nicht mehr gedenken. Das ist jetzt das Neue im neuen Bund. Im alten Bund wurde nur der Zorn Gottes aufgeschoben. Die eigentliche Sünde hat dann Christus getragen, auch die des alten Testamentes, wie das in Römer 3, 25 auch zum Ausdruck kommt. Hingegen jetzt im neuen Bund ist die Sünde durch Christus ganz ausgelöscht. Er hat es getragen und darum können wir heute auch Heilsgewissheit haben, was es im alten Testament nicht gibt. Vers 18, wo aber Vergebung der Sünden ist, also jetzt im neuen Bund, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Das Opfer ist schon vor 2000 Jahren gebracht worden. Darum braucht man nicht weiter mehr zu opfern. Also ganz eine andere neue Dimension, die wir jetzt im neuen Bund haben. Vers 19, weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen Hohenpriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in der Fülle des Glaubens. Also, absolut toll. Durch das Blut Jesu haben wir jetzt den Zugang zu Gott. Das ist die Situation von Hebräer 9. Jesus ist mit seinem eigenen Blut hineingegangen, das war am Ostermorgen, hat Sühne geschaffen, der Vater hat die Welt mit sich selber versöhnt, und dieses Blut öffnet nun jetzt diesen Weg. Eingang ins Heiligtum, also ins Allerheiligste hinein. Als Menschen hätten wir das gar nicht gekonnt, jetzt aber als Christen sind wir Priester, wir dürfen ins Heiligtum hinein. Und noch weiter, es heisst da der Weg durch den Vorhang, das ist sein Fleisch. Indem er sein Leben gegeben hat, sein Fleisch gestorben ist, ist das äußerlich sichtbar geworden im Tempel, durch den Vorhang, der zerrissen ist. Das heisst, der Priester hat jetzt Zugang ins Allerheiligste, und das wird jetzt da aufgenommen, dass wir als Christen, die wir Priester sind, der Vorhang jetzt zerrissen ist, diesen Zugang haben, und jetzt ist der Zugang aber nicht nur geöffnet, sondern es heisst jetzt, dass wir hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Lasst uns hinzutreten, er ermutigt uns, lasst uns zu Gott gehen, dort in die Gegenwart, in die Stille hinein, hören, was Gott sagt, so wie der Mose mit Gott geredet hat, können wir jetzt in die Gegenwart Gottes gehen und ihn hören. Denn Christus ist jetzt eben der, der über das eigentliche Haus Gottes herrscht, nicht nur als Abbild wie Mose über der Stiftshütte. Also das ist diese neue Dimension, jetzt werden wir von innen her verändert. Wir können in der Gegenwart Gottes sein, und die verändert uns. Kapitel 11 wird jetzt ein Rückblick gemacht auf das Alte Testament. Wie hatten denn schon die Menschen im Alten Testament gelebt, so Glaubenshelden, wie sie geglaubt hatten und Dinge dann erlebt hatten, und im Kapitel 12 wird dann die Brücke auf uns gezogen. Jetzt heilsgeschichtlich sehr relevant sind dann die Verse ab Kapitel 8, also 11,8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in einen Ort oder an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Er war in Haran mit seinem Vater und von dort hat den Gott gerufen ins verheißte Land nach Kanan. Er zog aus und wusste nicht, wohin er käme. Am Anfang war das noch offen, nachher war er dann im verheißten Land. Vers 9 Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Lande der Verheißung wie in einem fremden Land und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Das heisst, jetzt ist er im verheißenen Land gewesen, trotzdem fühlte er sich als Fremdling, er war ein Fremdling, er hat auch nicht Häuser gebaut, dass er fest wohnen konnte, sondern er blieb in Zelten, weil er eben gemerkt hat, die eigentliche Verheißung erfüllt sich gar nicht äußerlich. Äußerlich ist er zwar dort gewesen, aber die Verheißung, die war dermassen groß, weil es ja ein Land in Ewigkeit war, wie wir in 1. Mose 17 gelesen hatten, darum merkte er, da muss eine größere Dimension sein. Johannes 8, 56 zeigt uns, dass Johannes bereits den Tag Christi gesehen hat und sich gefreut hat, Johannes, der Abraham den Tag Christi schon gesehen hat. Johannes 8, 56, das heisst, Abraham hatte schon diese Schau, da kommt etwas in größerem Maß, das kann sich gar nicht äußerlich erfüllen. Also, er ist jetzt zwar im äußeren, verheißenen Land Kanaan, trotzdem blieb er Fremdling und blieb in Zelten. Vers 10, Er hat gemerkt, nein, die Verheißung kann sich letztlich nur erfüllen, dass in Ewigkeit das Land ihm gehört, wenn Gott selbst etwas tut. Das kann sich äußerlich so gar nicht erfüllen. Jetzt kommt Vers 11 und 12, das ist ein kleiner Einschub, da geht es jetzt um die Rechtfertigung. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Ja, also wie ist das jetzt mit der Heilsgeschichte gelaufen? Also äußerlich ist er jetzt in Kanaan, und jetzt ist dort aber etwas geschehen, dass der Isaac geboren wurde. Und jetzt wird da geschildert, dass das eine ganz, ganz schwierige Situation war. Die Sarah war erstens nämlich sowieso unfruchtbar, wie wir im 1. Mose 11, Vers 30 zum ersten Mal lesen. Zweitens war sie inzwischen schon alt, die war 89, als dann der Isaac geboren wurde. Und im Vers 12 kommt noch ein drittes Problem dazu. Darum sind auch von dem einen, also Abraham, dessen Kraft schon erstorben war. So viele gezeugt wurden, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Also auch die Manneskraft von Abraham ist erstorben. Und das nimmt sehr ausführlich Römer 4 auf, wie Gott eben der ist, der aus dem Erstorbenen trotzdem Leben schaffen kann. Und der Glaube an diesen Gott hatte Abraham gerechtfertigt. Wir haben das im 1. Mose 15, Vers 5 und 6. Also er hat geglaubt, dass Gott so groß und mächtig ist, dass er aus dem Tode Leben schaffen kann. Aus dem Erstorbenen heraus wird trotzdem ein Isaac kommen. Und weil er das geglaubt hatte, wurde es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das wird jetzt auf uns bezogen. Das heisst, daraus sind so viele Sterne am Himmel oder wie Sand am Meer geworden. Ja, Abraham merkte, dass er fühlt sich nicht einfach so von der blutsmäßigen Nachkommenschaft her, sondern der eine Nachkomme ist Christus. Und alle Menschen, die an Jesus glauben, sind jetzt, gemäß Galater 3, Vers 7 und auch Galater 3, 29, sind eben Kinder von Abraham. Das heisst, es sind nicht die Abrahams Kinder, die es einfach blutsmäßig sind oder die, die einfach beschnitten sind, wie die Juden das sagten, sondern die, die an Jesus glauben. Über Jesus können alle Menschen Nachkomme Abrahams und somit Teilhafte der Verheißung werden. Und das bedeutet, dass jeder, der gläubig ist, einer dieser Sterne, einer dieser Sandkörner ist, was da erwähnt wird. Also absolut genial. Abraham hat also gemerkt, er ist im verheißten Land. Die eigentliche Erfüllung der Verheißung kommt aber erst durch diesen Messias und nicht rein äußerlich. Jetzt geht es im Vers 13 nochmals weiter mit dieser Landnahme. Diese alle sind gestorben im Glauben. Also die Glaubenshelden da, die vorher schon gewesen sind, diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißung nicht ergriffen. Sondern sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie nur Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Abraham mit seiner Sippe ist eben nicht sesshaft geworden, sondern Abraham und somit seine Familie hat erkannt, sie sind eigentlich nur Gäste und Fremdlinge. Sie sind im Glauben gestorben auf das, was kommt. Aber sie hat das, was kommt, noch nicht in dem Sinne gesehen. Sie hat uns nur von Ferne gesehen, heisst es da gegrüßt. Abraham hatte das gesehen, was da kommt durch diesen Messias. Mehr aber nicht. 14. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Das ist ja noch komisch. Sie sind ja im verheißenen Land Kanan drinnen und trotzdem suchen sie ein Vaterland. Weil der Abraham eben gemerkt hat, die eigentliche Erfüllung kommt erst durch den Messias. das ist jetzt noch nicht. 15. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Ja, welches Vaterland? 15. Wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, also entweder Uhrenkaldäer oder Haran, dann hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Also, wenn sie jetzt Fremdlingen in Kanan bleiben, geht es nicht darum, dass sie wieder irgendwie nach Haran oder nach Ur hätten zurückgehen wollen. 16. Nun, aber streben sie nach einem besseren Land, nämlich dem himmlischen. Der Abraham erkannte schon, die eigentliche Landverheißung ist gar nicht das äußere Israel, sondern das eigentliche, die eigentliche Verheißung ist das himmlische Land. Und es geht auch nicht um das äußere Jerusalem, sondern letztlich ist es dieses himmlische Jerusalem, nämlich die Gemeinde, die kommt. Das ist der Fokus, den Gott hat. Die anderen Elemente, die äußeren Elemente, sind nur Abbild und Schatten, damit wir das Geistliche verstehen können. Es geht aber natürlich um das Geistliche. Wir müssen also aufpassen, dass wir jetzt heute nicht quasi alttestamentlich leben und auf den alttestamentlichen Dingen aufbauen. Vers 16b. Darum schämt sich Gott, ihr nicht ihr Gott zu heissen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Das ist eben das, was Abraham gesehen hat und darauf läuft die ganze Heilsgeschichte zu. Die Stadt, dieses himmlische Jerusalem, was eben dann letztlich die Gemeinde ist. 17. Durch den Glauben hat Abraham den Isaac dargebracht, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Also da kam die Verheißung, dass dann die Heilsgeschichte über Isaac weiterlaufen wird. Jetzt hat er aber im 1. Mose 22 den Auftrag bekommen, als Test, bringe deinen Sohn um und schlachte ihn. Oder wir denken dann schnell, ja gut, das ist sicher ein Bild, Abraham wie Gott und Isaac wie der Sohn. Das Problem ist nur, die Geschichte geht ja dann weiter, dass dann der Isaac nicht geschlachtet wurde und dann Bock war, der dann geopfert wurde. Dann ist dann plötzlich der Bock das Bild auf Christus hin und dann doch nicht mehr Isaac. Also das geht so nicht mit der Übertragung. Zudem hat ja Isaac auch nicht Sünden auf sich genommen. Das stimmt da irgendwo auch nicht, das auf Christus zu übertragen. Und auch der Bock, der Bock hat ja den Isaac gar nicht ausgelöst, sondern der Isaac war ja vorhin schon freigesprochen worden und der Bock wurde dann einfach noch geopfert, weil man den da gesehen hat. Jetzt ist also wichtig, dass man nicht einfach sagt, ah Opferung, ah das gleich Christus. Nein, das ist hier nicht die Typologie, sondern dass wir ganz genau schauen, wie interpretiert das Neue Testament eben diese Szene aus 1. Mose 22. Also jetzt wird das mal eingeleitet, dass Abraham den Sohn da dargebracht hat. Vers 18, von dem gesagt wurde, 21, 12 nach Isaac wird ein Geschlecht genannt werden. Also das war ja schon schlimm, wenn man jetzt der, also denjenigen, der jetzt über den die Heilsgeschichte weiterläuft, den sollte man jetzt opfern, obwohl der ja schon am Ende des Lebens von Abraham überhaupt dann gezeugt wurde. Es war doch vorher schon nicht möglich und jetzt sollte der noch geopfert werden. Vers 19, warum hat es aber Abraham trotzdem gemacht? Er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Aha, kommt uns das bekannt vor. Wie wurde der Abraham gerecht? Weil er glaubte, dass Gott so groß und stark ist, dass Gott aus dem Tode Leben schaffen kann. Und jetzt wollte Gott ihn ja testen, mit dem, dass er Isaac umbringen sollte oder schlachten sollte. Und jetzt sehen wir da, was war durch den Kopf gegangen bei Abraham. Ja, wenn Gott das erste Mal schon aus dem Tode hat, den Isaac zum Leben schaffen können, ja, dann kann er das auch ein zweites Mal. Und warum steht das drin? Warum hat ihn Gott noch getestet? Weil der Glaube von Abraham, der in Rechtfertigte eben derselbe Glaube ist wie bei uns, der uns rechtfertigt. Römer 4, Vers 23. Dort heißt es nämlich, dass wir an den glauben, der Christ, der Christus von den Toten auferweckt hat. Oder wir sagen dann schnell mal so ein bisschen, ja, die Evangelisten dürfen das ja auch. Wir vereinfachen das so ein bisschen. Glaube an Jesus, dann bist du gerettet. Das macht Johannes ja in seinen Briefen auch. Aber Paulus nimmt es dort theologisch und sagt, der rettende Glaube ist der Glaube, dass wir glauben, dass Gott so stark ist, dass er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Und somit ist es eben derselbe rechtfertigende Glaube, wie bereits Abraham hatte, dass Gott aus dem Erstorbenen Leben schafft. Und so heißt es ja dort dann in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also Rettung dort in Römer 10, 9 steht nicht, bekenne deine Sünden und Glaube an Jesus. Das sind zwei Komponenten, die dort gar nicht vorkommen, sondern theologisch ist es dieser Glaube an Jesus, der Glaube an Gott, dass er seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt hat und das Bekenntnis, dass Jesus eben Gott ist. Das ist dann der Weg zur Rettung. Jetzt die Evangelisten machen das natürlich nicht so kompliziert mit Abraham und hin und her. Das ist absolut richtig, dass die Evangelisten, man sagt eben kondensieren, vereinfachen. Das ist ja hauptsächlich auch die Message, die wir am Sonntag in den Gottesdiensten haben. Vereinfacht, das ist absolut in Ordnung, aber theologisch gesehen ist das eigentlich der Glaube an Gott. Und das kommt da zum Ausdruck mit dieser Schlachtung von Isaac oder fast Schlachtung. Gott wollte ihn testen, glaubst du wirklich, dass ich derjenige bin, der aus dem Tode Leben schaffen kann? Denn dadurch wurde er gerechtfertigt gerechtfertigt und genauso durch denselben Glauben werden wir heute gerechtfertigt. Und darum ist das so zentral. Also Isaac ist kein Bild auf Christus irgendwie sowas, sondern die Interpretation haben wir hier. Vers 19b als ein Gleichnis dafür bekam er ihn, also Abraham den Isaac auch wieder. Vers 25 Jetzt geht es da um Mose, das sind sie der beiden Hauptgestalten in all diesen vielen Glaubenshelden aus Kapitel 11. 11, 25 Mose wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für grösseren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Ja, das ist interessant. Da hat Mose offenbar bereits einen Blick auf Christus gehabt. Also das Leiden mit dem Volk sah er bereits als Schmach Christi an. Es steht nicht genaueres, aber offenbar hatte eben schon wie Abraham eben auch Mose diesen Blick schon auf den Messias. Absolut genial. 27 Durch den Glauben verliess er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, also des Pharaos, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Ah, das ist dieser Felsen, der mit Israel gegangen ist. 1. Korinther 10, Vers 4 dieser Fels aber war Christus und Mose hat immer diesen noch unsichtbaren Christus, diesen Messias bereits gesehen. Ganz speziell, aber grandios. Und jetzt 12.1 wird jetzt begründet, warum all diese Glaubenshelden. Die meisten haben ja geglaubt und gesehen, dann am Schluss dann ab Vers 35b gibt es auch Glaubenshelden, die es nicht gesehen hatten, aber jetzt schließt er im 12.1 darum auch wir, also so wie die Glaubenshelden im Ate, so jetzt auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, alles was uns beschwert, dass wir den Weg gehen können. Also die alttestamentlichen Personen sind uns Vorbilder. Wir dürfen die Erzählungen für uns nehmen. Es ist eine Erzählung, die historisch damals geschehen ist, aber wenn Gott damals so und so gewirkt hat, dann kann er es heute auch tun. Es ist nicht eine direkte Verheißung, also wenn er es damals so gemacht hat, muss er es heute auch so tun, aber er kann es heute so tun und das ist für uns dann eben eine Glaubensstärkung. Wir sollen aufsehen, Vers 2, auf zum Anfänger und Vollender des Glaubens und jetzt wird er beschrieben. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also wenn auch Jesus schon gelitten hat, dann sollen wir uns mit demselben wappnen. Auch bei uns, das geht hin und her auf dieser Erde, aber so wie Jesus auferstanden ist und wir in ihm sind, wird er uns ja dann auch mit auferwecken von den Toten. Darum Vers 3, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat. Also noch krasser kann es ja nicht sein, Jesus, der gar nie eine Sünde gemacht hat, der wird als Sünder verurteilt, aber wir sollen auf ihn blicken, dass wir die Kraft haben, in den Anschuldigungen, in all den Unvollkommenheiten stehen bleiben zu können. Dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Also das wird so richtig konkret und wir nehmen die Erzählungen des Alten Testamentes für uns zur Glaubensstärkung. Ja, das wird dann sehr konkret da im Kapitel 12. Ich nehme jetzt da nur die heilsrelevanten Verse da noch raus. Ja, Vers 24, also 12, 24, er ist ein Mittler des neuen Bundes Jesus und zu dem Bund der Bestrengung kommen wir. Also da ist nochmals etwas von dieser Verbindung A, T, N, T, der neue Bund, den Christus gemacht hat. Der Hebräerbriefschreiber schließt dann im Kapitel 13, ich nehme Vers 9b, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote von denen keinen Nutzen haben, die danach leben. Oder das nochmals eine Abgrenzung gegen die Juden, die dachten, ja wir haben die Gebote äußerlich gehalten, der sagt, nein das Äußere das zählt nicht, sondern es geht darum, dass Christus in uns drinnen ist und er jetzt Raum gewinnt. Vers 10, wir haben einen Altar, jetzt kommen wir da zu diesem Altar, also so wie im Alten Testament der Altar der Ort war, wo die Sünden vergeben wurden, ist es heute das Kreuz, demnach für uns die Bekehrung. Wir haben einen Altar, von dem zu essen, denen nicht erlaubt ist, die am Zelt dienen. Also die äußeren Priester, die hatten ja nicht am eigentlichen Altar gedient, das war nur das Abbild. Es geht darum, dass man im Herzen ein Priester ist. 12, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. Jetzt wird wieder die Brücke gemacht, so wie der Priester dort gedient hat, hat Christus gedient. Außerhalb des Tempels hat er gelitten und die Sünden getragen, so wie das Opfertier im Alten Testament. 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, also nicht auf das Äußere gerichtet sein, sondern die Zukunft gesuchen wir, das himmlische Jerusalem, das ist der Fokus, wo die ganze Heilsgeschichte hinläuft. Und noch Vers 20, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, nämlich unseres Herrn Jesus von den Toten herauf geführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten. Also nicht wir, wir machen uns tüchtig, sondern er macht uns tüchtig und wie nämlich es ist dieser Hirte, der von den Toten auferweckt ist, jetzt im Himmel sitzt und das eben der Weg ist für uns, wie wir heute gerechtfertigt werden. Und diesen Glauben an Gott, dass er eben genau das mit seinem Sohn gemacht hat. Absolut genial, wie der Hebräerbrief all diese Bögen zieht. Ich hoffe, es hilft dir auch und es macht dir ein bisschen Spass. Hebräerbrief, auch wenn er schwierig ist zu lesen, ist heilsgeschichtlich absolut genial. Nun, ich hoffe, es gefällt dir, freue mich natürlich auf ein Like und respektive auf ein weitergeben des Links. Wir fahren in der Playlist über die Zukunft. Bis dann wieder.